hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge zum neuen part bei unscharted 4 und das letzte mal haben wir uns hier etwas fallen lassen aber ich schätze mal heute sollten wir das doch hinkriegen geht er jetzt doch hoch da kann man nicht ich muss das hier mit der mechanik noch ein bisschen ich kann mich nicht fallen lassen ja okay jetzt haben wir es muss mich da erst mal dran gewöhnen ich glaube ich erst einmal meinem leben kurz an startet angetestet ich schätze mal da muss ich rüberspringen hoffentlich mache ich das richtig das war richtig okay rangebämmt er muss den arm rüber halten komm oder muss er da hoch macht er nicht wie kann er denn jetzt fühlen ich kann auf jeden fall nicht hoch geht er nicht okay ich lass mich noch mal fallen sie vielleicht zur anderen seite ich weiß gar nicht wo ich jetzt lang muss wo ist er denn jetzt da die alte ratte hinweis auch ja ein hinweis da muss ich lang sehr schön ja ich komme da aber nicht er greift da nicht rüber das ist das problem ach so jetzt hat das irgendwie hat es jetzt geklappt okay so jetzt muss ich an das pfeilrohr und hoch wo 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 kaum rauf da sehr schön super haben das doch erreicht Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, nicht zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle... Nathan, Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay. Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie, du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten waren. Was? Es ist draußen. Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme. Hm, der ist immer so schnell. Lieber schnell, der da her, da. Ach, er gibt mir die Kralle. Jawoll. So, bloß weg hier aus dem blöden Heim. Hier erinnere ich mich. Wow. Nun, geh hoch da. Was machst du denn? Der ist gleich über alle Berge verschwunden. Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal hallo. Nee. Keine Lust aufs Schuldgefühl. Ach, da ist er. Okay. Oh mein Gott. Wie ist der denn da jetzt rüber? Ach so, er ist einfach gesprungen. Ali. Hä? Nee, Moment. Du sollst nicht seitlich springen. Du sollst gerade darüber. Komm. Rüber. Sehr schön. Okay. Und rauf da. Cool erwartet. So, lass dich fallen. Na, was machst du denn? Noch einen höher. So. Wie springt der denn jetzt da rüber? Momento, ich muss mal eben wieder... Er geht da nicht hoch. Nee. Nee. Ach, Schitte. Das hat nicht geklappt. Den sind wir nicht ganz abgestürzt. So. Wie hat der das denn gemacht? Wie ist der denn da hochgekommen jetzt? Der springt ja nicht rüber. Noch einen höher. So. Jetzt müsste er das doch... Genau. Jawohl. Geht doch. Okay. Oh, hier runterrutschen. Cool. Bam. Das war leicht. Das wäre ja schön, wenn wir gleich da sind. Oh, da ist es abgeschlossen. Wäre auch zu schön gewesen. Doch, schon. Na ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Der Wurfhaken. Und jetzt geht es ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Ich hoffe, wir kriegen gleich auch einen Wurfhaken. Da. Da ist er. Okay. Und hoch mit dir. Halten. Ah, das kriegen wir hin. Sehr schön. Hoch mit dir. Hallo. Wenn ich die richtige, auf der richtigen Seite. Ich muss hier ganz rum. Da kann er nicht rüber über das kleine Stück. Okay. Was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Da ist er. Aktuell eher nein. Hm. Wo ist er denn jetzt? Das war auf jeden Fall wohl nicht richtig. Aha. Alles klar. Hier sind wir richtig. Wo ist er denn jetzt? Da. Alles klar. Mann, der ist aber schnell, wa? Bam. Ja, mein Lieben. Wenn euch das Ganze gefällt, dieser Kletterspaß, dann Ali. Was? Komm, da wollte ich doch drüber hüpfen. Du schaffst das. Na los, Nathan. Nathan, einmal richtig. Wenn euch dieser Kletterspaß gefällt, dann lasst doch bitte unbedingt eine Bewertung da. Und volle Möhre. Und Ali. Wow. Sauber. Hab dich. Wir haben's. Lasst doch bitte unbedingt eine Bewertung da und unterstützt das Projekt. Würde mich sehr freuen. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Und drüber. Das auf jeden Fall. So, fallen lassen. Vorsichtig. Drücken. Hä? Ach so, okay. Okay. Was für eine Kletterorgie hier, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, und noch balancieren. Ich bin jetzt, äh, eigentlich schon relativ schwindelfrei im wahren Leben. Aber so hoch, das muss ich dann auch nicht haben. Oh. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, das würde ich mir jetzt nicht trauen. Und rüber schwingen. Vorne gedrückt halten. Äh, Moment. Ah, nein. So soll's so bleiben. Moment, oh. Das gibt's doch nicht. Wenn ich ihn nach... Er macht immer die Kamera nach... Zum Springen. Ach, hat gelangt. Okay, ich dachte, ich muss noch Schwung holen. Das ging ja in diesem Beispiel gar nicht. Bereit, Hatzan? Ja. Zu allem bereit. Oh mein Gott. Und jetzt hochschwingen oder was? Oh, nee. Das war falsch. Oh. Oh, oh, oh. Shit. Okay, nochmal. So, gib mir nochmal das Seil. Bereit, Tatsan? Ja, ich werd kein Tatsan mehr in diesem Leben, glaub ich. Ja, okay, weiter. Hm? Und jetzt? Ich kann da doch wieder ran, ne? Und das Seil. Klar kann ich da wieder ran. Okay. Ah. Bäm. Wunderbar. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja, war richtig. Soll ich dir helfen? Ja, er schafft es. Okay. Darüber. Oh, was für eine Aktion. Oh. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Geh um die Ecke. Okay. Das sind aber keine... Ach so, er kann sich hier... Da hoch. Okay. Boah. So ein Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. Unbedingt. Klasse. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Ja, mehr oder weniger. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da ist er. Warte hier und schau mir zu. Oh, krass. Du bist dran. So, hier war er jetzt hier rüber. Du schaffst das, Nate. Auch einen richtigen Moment. Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Okay. Oh. Wow. Krass. War das eine Aktion. Was für eine Kameraführung. Cool. Wow, wow, wow. Hier, folge mir. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Och, nö. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. Ach, da hinten müssen wir hin. Äh. So geht das, Nate. Okay. Und. Dann mal los. Hoppa. Sauber. Beim ersten Mal gleich geschafft. Okay. Das ist doch mal was. Okay. Hier jetzt auch noch wieder hoch. Okay. Ach, da ist die Leiter. Okay. Ah, hat geklappt. Jetzt runter. Lieber vorsichtig. Ah, heil angekommen. Zauber. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ah, schönes Maschinenchen. 450. Was redest du da? Nein, das ist die 500 GB Twin. Wie krass. Sie ist geklaut. Wow. Ich klau? Ey.